Einfach dran vorbeifahren und schubsen, ne? Siehst du mich auch? Oh, ich hab mein Boot zerstört. Ach, jetzt war der 1-in-1-Kampf? Was hattest du denn alles? Komplette Rüstung, die ich mir jetzt aber bei euch gegönnt habe, einfach. Ich hab bloß... Aus Dias? Nicht aus Dias, oder? Dias Protection und Efficiency Pill Cacks. Ich hab eine DIA-Rüstung gehabt. Eine DIA-Rüstung. Aber du hast nicht unsere Dias genommen, oder? Bitte sag das nicht. Ich hab noch ein DIA-Schwert verzaubert. Mehr hab ich nicht, mehr hab ich nicht. Den Rest müsste Kali oder Kubi haben. Nein, ich hab gar nichts aufgesammelt. Ist ein Helen kaputt gegangen, alter. Ich hab den Kratten gehalten. Der andere Dias ist hell, der ist einfach kaputt. Lassen wir nicht mehr muppen, oder? Ich muss nicht mehr was sagen. Wenn ich jetzt schieße, stirbt er, glaub ich. Wenn ich jetzt schieße, stirbt er. Ich finde das voll geil, ich muss nicht labern. Nicht im Wasser. Ja, schon gar nicht so weit weg. Nicht die. Der sieht schon fett aus. LOL! Jetzt per... Bist du behindert? Mein fährt einfach in mich rein, und sein Boot geht kaputt. Ist er wieder ein Boot? Fährt er grad weg? Fahr mal hinterher, Kubi. Ich hab nur nicht bauen, das sind neue Boote. Okay. Du hast ihn nur oben eingesammelt, oder? Er backt nur rum, glaub ich. Ich muss nach oben. Ich hab mein Boot immer im Inventar, ne? Jetzt ist er weg. Geh mal lieber zu uns nach Hause. Alex, wo bist du? Ich hätte halt nix sagen müssen. Ja, mir fehlt mein tolles Diaschwert, danke nochmal. Ich hab's dabei. Was? Da hinten läuft einer. Du hast ein Schwert mit Haltbarkeit. Ja. Ist er bei uns? Nein. Ein Schwert mit Haltbarkeit? Bei denen auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Oh, ich will auch Action haben jetzt. Okay, du fährst nach Hause, Kubi. Wirklich zur Sicherheit. Nee. Du das? Dann hast du mega die Action, Kubi. Ich will Becky auch ärgern. Nee, das ist Alex. Das war Alex, okay. Kein Grund zur Sorge. Hallo Alex. Bist du nicht heim? Danke für das Boot. Na, Spaß. Durchfeils heim. Kubi. Ja? Gib, gib, gib. Ich muss zu Kubi. Ich hab mein Schwert. Ich fahr nach Hause grad. Das ist voll... Ach, ich hab noch einen Bogen mit Pfeilen außerdem. Ich komm jetzt auch heim, Kubi. Danke, denn von euch mich hier mal heim zu lassen. Komm jetzt. Ich warte nur Spaß. Bist du noch hinter die Berlus, ja? Ja, Alex. Ja, du solltest dir vielleicht ein Boot machen, du Vogel. Ja, ich hab kein Holz, du Arsch. Ja, ich bau dir was ab. Bist du heim, Kubi? Bist du heim? Ich weiß es nicht. Nein, das ist mies. Ich hab dir dein Boot geklaut, tut mir leid. Ich komm jetzt nämlich auch. Ich komm mir so edel vor. Alex, warte, Alex. 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 Das sieht voll geil aus, einfach. Nö. Kann man giftige Kartoffeln eigentlich für irgendwas verwenden? Boa, verpiss dich. Oh, ein Schwammkipper. Mein Baum. Nö. Das ist halt genug für ein paar Boote. Boote. Das ist halt das Boot weg, ne? Ach, ich mach da eigentlich. Ich bin, ich bin gerade hart verarscht. Machst du mir auch welche? Ich tue dir ins Bootshaus deine Schuhe und dein Schwert. Alec. Okay, danke. Warte, Alex, 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 warte. Oh, ich hab auch Schneidzeiten. Da liegt der ein, das was dir ist. Und tschüss. Boah, bist du mich verarschen. Ja. Und turbo. Nö. Oh, danke für das Boot. So ein bisschen vollen muss irgendwie einfacher beachten. Wenderman in mein Haus. Ich kann auch geil zuhören. Nein. Wenn Loweis dann bitte ein Dierschwert mit Haltbarkeit. Ja, theoretisch schon. ZIG ZAAAACK! Leute? Mhm. Soll ich dekadent werden oder nicht? Einfach ja oder nein? Ja. Verwirr, dass jetzt seine eigene Truhe hat, der Mongo, ne? Jeter hat's... Nee, ist nur, weil ich hier immer schnell mein Zeug aus und in mich mal reinpacken kann, damit ich weiß, was ich dabei habe. Ja, ja, ja. Ja, ist so. Du hattest übrigens einen Eisenhelm mit Affinität, ne? Ja, ich weiß! Bin zu früh fertig! Geht's nochmal nach Hause? Haha! Tatschan! Tatschan! Mach Slasher um! Halt die Fresse! Versuch's, tu es! Ey, ich bin zu klug für Can! Ich hab drei Boote insgesamt gehabt. Er macht eins kaputt, ach, ich hab noch eins! Fick dich! Den baue ich jetzt noch unter Wasser weiter. Leute? Ich hab drei! MEINE Fresse, ey! Was? Was denn? Er hat in allem halt drei Boote kaputt gehackt! Willst du ein Boot haben? Hier! Ich hab ihm gerade eins zu Wasser geworfen! Können wir bitte Can töten? Sorry! Ne, wir töten Can heute noch nicht! Oh! Doch! Doch! Wir töten nicht den Endertrachen, sondern Can! Ja! Alle gegen Can! Im Ende so! Alle gegen Can! Genau! Der Endertrache kämpft einfach auch nur gegen Can! Guck mal hier! Weil ich, weil ich ganz ganz lieb und nett bin hier! Der coded ihn so richtig an! Das bringt mir hinten so viel! Ich muss schon sagen! Ja! Mit den Super Secret Settings sieht das Arsch geil aus! Sag Bescheid, wenn du wenig Leben hast, ne? Ne, ne! Wie viel zähl ich dir eigentlich insgesamt? Du hast mir ein halbes Satz Schaden gemacht! Okay! What the fack! Nur von der scheiß Verbrennung geht meine Rüstung kaputt! Ich weiß! Manchmal verstehe ich anstatt, 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 what the fack! Reicht jetzt! Cool! Verstehe ich bei, bei Can immer so! Äh! Lol! Ey, what the fack! Du hast mir mit dem Eisenhelm kaputt geschossen, alter! Ist der größte Follidiot auf der ganzen Welt, alle oben! Ehh! Ehh! Aber Niko! Dafür lieben wir dich! Was? Das stimmt! Achso! Ja, weil ich manchmal so richtig Brainer aufkommen! Ich glaub ich denk grad echt drüber nach! Was wollt ich sagen? Ernsthoff! Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht sogar Jans Pferd stehe! Würd ich machen! Das hab ich auch schon versucht! Willst du beef? Willst du beef, Alex? Alex, willst du beef? Ähh! Oh nein! Der beefy, ja? Nein, 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 nein! Frisch oder altes Beefy? John? Not dein? Hey, komm mal her, John! Komm mal her! Schau doch meine tollen neuen Fenster an! Meine tollen neuen Fenster! Oh ja, die find ich toll! Die neuen deutschen Fenster! Ich würde gern mal wissen, wie Tiberius und Blacky ragen, wenn die zusammen im TS sind und wir da sind! Ja, hey! Wirst du sicher erst so beefy? Wirst du irgendwie mal so'n Spion da reinbringen, ne? Au, dieses Unfall mit deinem Feuerschwert! Ja, nicht mehr! Ich hab eigentlich mal mehr Schadens da drauf! Nils ist ja heute gar nicht da gewesen! Also mal ganz kurz, ne Stunde! Ne Stunde oder so! Ja, aber immer! Er ist nie lang da, ne? Der kann nicht länger, weil... Der hat doch irgendwie null Ahnung von Minecraft, ohne Witz! Oh! Okay, Minecraft geht nur anderthalb Stunden! Ich hab fast kein Leben, wenn ich packen! Deswegen kotzt du an, ey! Ungefähr so rage'n die, würd ich sagen! Hm! Ich stell' ich mir so geil bei denen vor, irgendwie, ne? Ich hab nur zwei, ein Herz gehabt, alter! Ich hab nur zwei, ein Herz gehabt, alter! Ich hab nur zwei, ein Herz gehabt, alter! Nimm das so langsam vor mir hier unten an! Oh! Kann man usen, auf jeden Fall! Also, das ist... What the fact! Alter, John, ey! Ja, ist ja gut, ich hör schon noch! What the fact! Ich find ja schon, weißt du, what the fuck geht, aber... What the fact! Hört sich so mega kacke an, einfach nur! Hä, warum? Es hört sich einfach... Du kennst das einfach nur nicht! Natürlich kenn ich den Scheiß! Hab ne auch mal weitergeguckt, und dann wird's langweilig, hab ich's aufgehört! Dann hab ich aufgehört! Guck mal, ich mach hier oben Party-Share, guck mal! Es ist schon halb elf! Hier oben, in der, in der Krubel dran! Kali, willst du, äh, äh, Nico, willst du jetzt schon schlafen gehen? Geil, ne? Ja, ich will gleich in mein süßes kleines Bettchen rein! Dein Ernst! Boah, Junge! Rache! Krieg mich auch mit bei Nico ins Bett! Du wolltest es so! Es war's mit mir herz! Du wolltest es so! Ja, es war mir auch... Es war mir auch... Ich war gerade im Amboss, und der greift mich von hinten an wie so ein Spast! Das war der perfekte Moment! Ganz toll! Spast! Was? Du wärst! Es ist genug Ton getan! Okay, komm! Komm, du kriegst dann... Wie viel hast du verloren? Nix, oder? Kaum! Lill! Heißt das jetzt, dass ich deine Sachen behalten darf? Nein! Kali, ernsthaft? Also, man kann dreist sein und man kann Tiberius heißen, oder? Oh, also! Ah, ich bin Kalle! Äh, komm mal wieder her! Alex! Was? Wo war's denn? Ich bin schon aufm Weg! Okay! Ich leg dir dein Zeug hier hin! Unblocking 1, Sharpness 1, Knockback 1, dein Ernst! Du weißt, dass ich genauso viel... Du weißt, dass du mehr Schaden machst, als ich! Rüstung, alter, Rüstung! Nein, mein Schwert! Dankeschön! Und? Du machst noch Brandschaden drauf, also! Gib mal bitte mein Scher! Mein Scher! Was ist das bitte für ein Dreckschwert? Ja, das ist halt richtig scheiße! Bei Nemesis ist der Gliederfüßer 4! Ich weiß! Alter, nein! Wirklich! Gib mir das mal wieder wieder, danke! Ich würd mich mies fühlen! Ich hätt's dir Bärius geschenkt, ganz ehrlich! Jo! Mach dir doch ein... Ich hab doch auch ne Schärfe! Es war Tiberius und irgendwann unseren ganzen Scrap-Shank! Ja! Nein! Du gehst zu ihm und bewirfst ihn damit! Genau! Okay, mehr! Mir gehört das hier! Ja, das ist alles Alex-Zeug, weil er mich angegriffen hat! Naja, das... Tu's doch einfach in die Kiste rein, bei meiner Boothhute! Nö! Soll das da despawnen! Einfach mal no! No! Einfach mal no! Das ist der Punkt, dass die spawnen sonst noch und dann darfst du alles voll fahren! Ich kräfte dich grad mit Alex-Zerm-Schwert an! Ach so, oh! Das hat mir kaum Schaden gemacht, deswegen! Ich dachte schon... Ja, deswegen! Es hat auch nur Sharpness 1 drauf und Knockback! Nein, hat's nicht! Unbreaking 1! Knockback! Ja, siehste! Mach gar keinen Schaden damit! Na, Can, machst du damit keinen Schaden? Kalle schon! Nö! Mir auch! Mir erst recht nicht! Ich hab doch ein Eisenschwert! Ja, da ist er! Aber das ist ein Eisenschwert! Und dein Crap braucht sowieso niemand! Ich bin fast wieder da! Ich bin fast wieder da! Du bist fast wieder da, darf ich dich töten vorher! Nein! Ich seh's schon kommen! Ich seh's schon kommen! Ich seh's schon kommen! Dann schuldest du mir Dias! Ich schulde dir gar nichts! Fackles! Alex, ich würde dir glaub ich helfen ein bisschen! Alexi! Alexi! Alexi ist einfach süß, finde ich! Ich find auch Alexi so richtig süß aus! Oh Alex, 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 warte mal! Ich hab deine Efficiency! Im Real Life! Im Real Life sieht Alexi so richtig süß aus! Wie so'n knuffiger Bär! Ich nehm grad richtig in den Arsch! Ich find Alexi erinnert mich so'n bisschen an Mr. Moore! Was? Ja! Stimmt! Abonnenten! Er ist voll knuffig! Alexi, komm her! Wo ist es? Oh oh! Er will dich! Alexi ist jetzt einfach der Knuddelbär! Nein! Komm, wir knuddeln alle, Alexi! Aua! Komm! Aua! Ich bin fast tot! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Jaja! Oh! Er besamt mich! Geil! Wir knuddeln ihn unter Wasser! Wir knuddeln ihn jetzt überall! Oh, warte mal! Alexi, ich hab noch Cookie Steak für dich! Oh! 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 Oh, Alexi, wie geil! Fällt mir ein, ich wollte ein bisschen Mops klatschen gehen! Sag mal Nego! Ja! Ja! Kann ich jetzt ein bisschen zu dir gehen und Hühner... Wie viel Schaden hab ich dir gemacht, Alexi? Ja, du musst erst noch hochkommen! Äh... Da ich noch sehr viel Schaden... Was sagst du? ...hatte insgesamt, kann ich dir nichts sagen! Okay, sorry! Ein Stack Kohle bringen, mir fehlt ein Stack Kohle! Von wo denn? Von unten? Ja, äh... Achso, Kisten... Stimmt, du kannst aber vielleicht... Was ist eigentlich dieser Bag hier, Schaden? Was sagst du? Äh... Kisten mit hoch... Mit hochzunehmen... Ja, das ist halt noch Landscape, ne? Ja, das wird noch erweitert, damit man... Soll ich jetzt Kohle von mir bringen, oder? Ja, wenn du willst, kannst du mir auch ein Stack Kohle von mir bringen! Okay! Krieg ich dann, bis sie dir ist? Dann rein ich immer nicht so schlurig! Dann nicht! Wenn du umsonst halt die Kohle mir gibst... Pack mal deinen Ferrari weg, John! Ah, sorry! Jo, ich hole das mal voll safe vor Viechern und so, ne? Willst du mich verarschen? Hast du gerade mein... Du hast den Pferd selber geschlagen, du Dummer! Bleib stehen! Nein! Ich will! Hast du ihm schon nen Namen gegeben? Ne, hab ich noch nicht! Geil, hol dich nach Hause! Oh, ich spür schon bald mit deinem Pferd... Ehm... 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 Ich geh extra dafür angeln dann! So, drei Penetrator... Ehm... Kalle, wie viel Leben... Ehm, wie viel Erfahrungspunkt hast du? Oh, es wird der... Bar keiner! Leicht! Ich hab alles auf Bücher verzaubert... Ja, aber ich hab mir jetzt, äh... Vier Bücher von euch genommen... Als... Warum nimmst du dir die? Gründe... Lol... Warum nimmst du dir die? Weil ist so... Haha... Ne, ich schüt' dich jetzt! Ne, ich bring's dir zurück! Ich bring's dir zurück! Ich bring's dir zurück! Nicht schlag! Nicht schlag! Nicht schlag! Nicht schlag! Nicht schlag! Nimm die ruhig! Welche hast du genommen? Äh... Einmal... Zwei Stärke 1 für meinen Bogen... Weil meinen Bogen mit Stärke 1 ist verschwunden... Ähm... Und... Effizienz 2 und Effizienz 1... Was würde ich wieder gehen? Wenn der mal auf der Mauer stolpert... Auf der Mauer, auf der Lauer... 5... 4... 3... 2... Ok, weg! Jede Zelle meines Körpers ist glücklich... Jede Körperzelle fühlt sich froh... Was?! Can, dein Haus ist übrigens immer noch nicht fertig... Ich brenn's jetzt glaub' ich ab... Ok... Lass das echt mal ab... Lass echt mal machen Kubi... Ey Can, bist du eigentlich schon da wieder bei... Ähm... Mir und Cu... Niko oder... Ich hab's angezündet Kubi... Hä? Ist wieder ausgegangen... Hä? Es regnet auch... Hast du was damit zu tun? Hä? Ach, es regnet, stimmt... Ähm... Niko? Ja? Ich bin jetzt bei dir unten und hab'n Stack-Code dabei... Was soll ich jetzt machen? Lol... Lolololol... Hochbringen... Ja, wolltest du dich noch Kisten oder so haben? Was? Äh... Ne, das mach' ich schon... Ach ne... Hat sie grad ausgebreitet... Ja, hat jemand hier unten bei dir... Hat jemand was kaputt gemacht, ne? Ja, das war ich... Achso... 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 Stimmt, willst du dich einsammeln? Ja, ja, hab' ich... Cool, danke... Soll ich alles mit hochbringen? Äh... Wenn du Platz hast... Ne, ich hab'n nicht allzu viel Platz... Schönes Feuer euch... Ja, dann... Dick da... Oh... Äh... Ich hab' mal so'n bisschen Holz mitgebracht, ne? Alles klar... Ich mach' mal ab jetzt... Hallo? Wo hast du das? Schon dein Haus, ohne Witz... Mach das bitte wirklich mal... Ja, ich mach' das noch... Ja... Jetzt... Bist du auf'n Weg? Ich bin schon auf'n Weg nach oben, ne? Alex, was machst du da? Das ist mein... Die Hühnerfahren wollte ich jetzt machen, du Faggot! Man sieht dich gar nicht vor... Äh, Kubi, komm mal her, wie sich das ausbreitet... Das ist krank... Ich kann aber gerade nicht... Warte... Ging grad' immer schnell... Äh, Bäume nachfremden... Alex... Ich bin mindestens Level 10... Warte... Scheiße, ich hab' schon was kaputt gemacht... Meinem Körper... Ist egal... Hör auf zu töten... Ich muss jetzt erstmal rauskommen... Hier aus dem Wasserfluss... Aaaaah... Aaaaah... Niko, ich bin auf'n Weg nach oben... Jupp... Äh... Ruhig dich... Aber Niko, du hast das echt gut hingebracht, dass man jetzt da hochkommt... Du hast das Feuer mitgenommen... Ja... Vor allem, ich hab' in meinem Redsplay einfach'n Feuer gefunden, ne? So'n Item Feuer... Teil... In dem Mod-Pack, ja? Einfach'n Feuer... Einfach'n Feuer... Leil... 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 Leck... Ah, das ist schon voll mit Effizienz 5 wahrscheinlich... Äh... Niko, wollen wir eigentlich aufhören? Ja, ich würde sagen... Nein, jetzt noch nicht... Warte... Und Stärke 2... Biaaaatsch! Danke! Alter, hast du alles von mir mitgenommen? So... Danke, Can! Ah, das heißt wohl, ich hab'n Disco... Ja gut, dann Leute, bis zum nächsten Mal... Tschüss!